Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Henrik Thehesen. Ich bin Professor für Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier. Erstmal vielen Dank für die Einladung der Fridays for Future Bewegung, dass wir als Scientists auch wieder Sie unterstützen dürfen. Das machen wir sehr gerne, denn es gibt ja immer noch etliche Politiker, die der Meinung sind, dass, folgen Sie als Schülerinnen und Schüler, das alles gar nicht verstehen können und gar keine richtige Meinung haben können, was wir tun müssen. Das heißt also schön, das muss man den Profis überlassen. Ich zähle uns, Sie sehen uns da vorne mal zu den Profis und wir sind hier. Wir sind der Meinung, das, was Sie fordern, was Sie wollen, ist genau richtig. Dass wir mitten in der Klimakrise sind, sehen wir tagtäglich. Wir haben rechts auf unserem Plakat, sehen Sie diese Farben der Temperaturerwärmung seit 1850. Wir könnten dunkelrot noch brauchen, falls jemand dunkelrote Stifte hat. Die könnten wir rechts noch ergänzen. Es wird immer wärmer. Wir haben den nächsten Dürresommer erlebt und das, was wir nun erleben, ist ein Vorgeschmack auf das, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte erwarten wird. Das, was andere behaupten, dass das alles nicht so schlimm ist, das wissen Sie, denke ich, ist nicht richtig. Aus wissenschaftlicher Sicht haben wir den Klimawandel und wir sind im Moment auf dem Weg der schlimmsten Befürchtungen aus wissenschaftlicher Sicht, dass wir bis zum Jahrhundertende nicht das 2-Grad-Ziel erreichen, sondern leider eher das mindestens 4-Grad-Ziel überschreiten werden. Was ich Ihnen mitgeben möchte ist, bleiben Sie unbequem, bleiben Sie laut, demonstrieren Sie, fordern Sie weiterhin, dass die Regierungen in Deutschland, in Europa, weltweit sich für den Klimaschutz einsetzen. Wir müssen so schnell wie möglich die Treibhausgasemissionen auf Null bringen, auch das ist unzweifelhaft. Gehen Sie demonstrieren, auch wenn jetzt Schule wäre, aber ich denke, das hier ist wichtiger. Und auch ganz wichtig, nutzen Sie alle Möglichkeiten, die Sie haben, sprechen Sie mit Ihren Eltern, Freunden, Verwandten, Bekannten. Wir haben im nächsten Jahr in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl und wir haben nächstes Jahr die Bundestagswahl. Das sind, denke ich, zwei Meilensteine. Dort können wir etwas ändern und wenn wir dort mit unseren Stimmen die richtigen Weichen stellen, dann kann das noch was geben, den Klimawandel abzubremsen. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Veranstaltung. Vielen Dank. Applaus Ja, ja, ja.